ojda was geht ab team bobbelt hier heute mal nicht mit dem finale von unserer liga und zwar nur dem halbfinale da ich los musste und dann habe ich dafür das halbfinale aufgenommen aber trotzdem sehr gutes match sehr spannendes game 1 da haben wir dennis bockmann mit seinem lights one deck gegen pidocchio und seinem br deck von bockmann haben wir auch ein deck profil gemacht das wird wenn alles nach plan läuft nächste woche hochgeladen ansonsten wir mal danke an card market für die preise und heute abend findet das letzte turnier für längere zeit statt mal schauen was wir im nächsten jahr machen auf jeden fall schaut vorbei falls ihr noch nicht mitgespielt habe ist das heute abend die letzte chance und dann im neuen jahr haben wir was neues vor update wird folgen ansonsten viel spaß bei diesem klassenduell so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.